moin moin liebe freunde darf ich fast verpennt hier hallo zu sagen sterbt newton moin liebe leute da sind wir wieder bei green hell unser angel tour ist beginnt hier habe ich schon drauf gelegt muss noch gewässert werden das mache ich aber gleich wer war in dem ruckelspiel nicht zu machen apropos ruckelspiel ich habe es auch einmal jetzt letztes versucht das spiel mal wer ist jetzt ja diesen sagt aber schnell wegen das war dieses versuchen das spiel zu reparieren was ist das für ein fisch diskuss ich was soll den hatte ich doch schon dass wir mit dem spiel zu reparieren das machen frauen barsch frauen barsch jetzt weiß ich wie ich den krieg brauche ich aber die scheiß angefalle ich noch mal gucken wo ich die dann her krieg dann muss ich das in dem herausforderungsspiel machen wenn ich da wieder nicht durchkommen was ja eigentlich mittlerweile standard wird so störe ich mal dann ach so die gd muss ich ja aber ich habe mich gesammelt von bar mein gott das ist los hier sagen wir mal ich habe frauen barsch beine frauen barsch beine und 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 Komm schon! Komm schon, Tim! Komm schon! Komm schon! Ja! Ha! Es regt der Tüttt ab! Es regt der Mann! Halleluja! So, nichts in der Hand. Mein Auge ist immer noch am Tränen. Ah, ich war noch nicht bei der Apotheke. Das mache ich heute noch, weil ich habe jetzt gerade am Aufnahmen machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich dann doch nicht. Sondern erst danach. Diese dauert eigentlich das fette Fleischstück viel länger, äh, kürzer als das hier. Als der kleine Kugelfisch. Ne, was ist das für ein Ding nochmal? Äh, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. E-Hop-Kane-Schubo. Diskus-Fisch, genau. Hä. So. Fauenmarsch. Essen. Und Diskus-Essen. Was fehlt noch alles? Bananen? Haben wir auch. Alles perfekt. Habe alles, alles bestellt hier. Es gibt sogar mehr Bananen. Bananen, als ich gedacht habe. Jetzt kriege ich auch noch eine feuchte Aussprache. Und ich spucke mein Ding jetzt hier voll. Ah, das ist noch eine Banane. Nicht schräge, aber irgendwie. Super duper. So, Würstchen. Würstchen. Trink. Dann. Würstchen. 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 So, ich will zwar noch nichts machen, aber falls ich mal wieder zurückkomme und hier noch ein bisschen was baue oder sowas dann habe ich das alles wenigstens schon bald mal hier drin so dass ich kann auch hier drin bleiben wenn es will ich habe die ganzen dinger da kann ich doch alle haken daraus machen die euch da noch ein tun dafür müssen die mal eben hier weichen und ich passen die dahin heute machen wir es halt so so viel kohle ich glaube bei der stillen stunde nehme ich das mal wieder nämlich war alles mit in unsere neue anaconda base das heißt neu unserer neu alten anaconda base aber bis dahin kann das sogar sein dass das neue spiel raus ist und das dauert ja auch nicht mehr lange ist ja auch nur noch ein etwas über einen monat hin ich freue mich schon die da drauf muss ich gestehen was wollte ich jetzt ich hatte irgendwas vor ich hatte irgendwas vor jetzt zu machen ich weiß mal was und vor allem warum habe ich das hier gebaut ich meine sie schick aus ohne dass sie irgendwie ein bisschen pervers aus muss ich sagen wo ich wieder dran denke geh weg ach jetzt weiß ich wieder genau ich wollte für die für die angel was holen so da haben wir nichts vielleicht finden wir noch ein eingeborene der uns möglicherweise noch eine noch einen neuen sperr überlässt weil der hier ist doch gut wäre trotzdem fallen nett von ihm und ich habe den bogen vergessen ach guck mal ich habe doch nicht das war es gar nicht aber das war einer ja schiebt ihr noch ein bisschen weiter weg wenn jetzt mal ein sperr weg ist weil man habe ich jetzt nichts abgekriegt wow wow was wie geil ist das denn die rüstung noch überlebt halte was denn los geil doch der mich getroffen hat jetzt haben wir wieder ein bisschen fleisch ich wollte dich nicht haben aber warte mal komm mal zurück kannst du dir scheiß vielmals haben kannst du dir scheiß vielmals haben kannst du dir scheiß vielmals haben ich spreche zusammen weiter lass mich doch nur so wo habe ich dir den ausschlag oder oder sie aber echt eklig aus ok geht da einer funktion verbann ganz perfekt doch kein platz mehr ein platz wäre perfekt alles super so ich glaube ich muss niesen tschuldigung gesundheit danke so das beste fleisch wird natürlich hier drauf gelegt und der rest wird unten auf die auf den grill geschmissen der läuft auch noch das ist gut so weit ich herunter komme erstens sind die ja immer noch da oder wieder zweitens ruckelt es wie sau zwei stück kann man die auch da drauf schmeißen kann man aber nützt nix 60 proteine meine herren natürlich wie das rum geschnieft aber mit der nase irgendwie ist so komisch wie die sniffy ist noch mal eben kurz die nase geputzt roche und schon wieder das daten ist dein also wo ich habe das falsch gedrückt stein geh weg gut weit weg hat das nicht geschafft aber fleisch tut ganz leicht so 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 und du kommst du immer wieder her so ich habe nachher auch mal zurückgehen zum alten lager das werde ich aber natürlich erst machen wir das jaguar fleisch darum fertig ist aber hier gibt es glaube ich auch meines wissens nach keine andere höhle da ich da mal eben kurz gucken können ob da ein bisschen was an eisen für mich liegt und so habe ich glaube ich auch nichts weiter zum einschmelzen ich habe das aus irgendeinem grund gemacht dass das ding ich weiß aber nicht mehr aus welchen hat aber jemand glück gehabt fast hätte ich die neue handtasche gehabt wenn ich die gewollt hätte ich bin mal gespannt ich hoffe mal es kommt irgendwann mal raus dass man neue klamotten basteln kann so zum beispiel aus den fasern hier zum beispiel von dem hier oder von denen ich verdienen von denen da von den fans dass man sich da vielleicht sogar eine neue schnüre sozusagen drehen kann oder aus den dingen star und sich darum ist neue klamotten nähen kann das wäre mal cool so eine werkbank oder sowas zum beispiel wo man alles rein ballern kann und so art mäßig aber jetzt nicht genau so oder so sondern nur so ähnlich dass man die sachen vielleicht im inventar und auf die werkbank legen kann oder legen muss und dann zusammenbauen kann mit animation dann aber bitte ja halt das maul du bist hier unerwünscht aber nein du bist unerwünscht du darfst ja nicht hin mein reich dein reich wo bist du denn keine ahnung ich weiß nicht also das ist eigentlich das da oben da das da ich muss noch gucken ob man da hinkommt es fällt mir jetzt erst auf ich habe immer gedacht man kommt von dahinten aus dahin ich muss schlafen ich habe da nichts reingeschlägt hier komme ich auch nicht hoch wie es aussieht ich gehe noch was anderes mal gucken an der anderen seite denn da ist ja noch so ja hier so ein stamm da der darunter zeigt und da war daneben direkt zum speichern aber erst mal ich kenne mich ja so war der und dann von da aus hier drauf zu kommen mal gucken ich kann nicht springen weil ich keine energie gut dann hat sich das schon mal erledigt ich wollte euch das hier aber wenn man das hier sieht hier das dann kommt ja hier sogar noch eine karte die wird ja wohl auch kommen dann sei denn unseres bildes ein faust ich weiß gar nicht wie man die klinge ausrüstet in der hand habe ich mal gewusst es gibt irgendeine tastenkombination aber habe ich noch nicht rausgefunden handwerk 42 von feuer machen 27 kochen 32 das war noch ein bisschen billig ne fischen 4 bogen schießen 21 von werfen 0 tier ausnehmen 20 äh guck mal werfen 0 und bei fausttief habe ich 1 geil schwer fischen auch 0 müsste ich auch mal machen aber naja erstmal eine runde knockout ne gute nacht juhu hier ist aber gut dass ich hier weggegangen bin weil hier kannst du echt kaum bauen das ist ja echt schlimm achso ich brauche mich gar nicht zu waschen ok alles klar ich bin nicht dreckig geworden so mal dass ich nichts in der hand halte vielleicht geht der sprung dann besser ich versuche es nochmal das heißt besser aber dann überhaupt geht kann man da vielleicht doch darüber alles klar hat nicht funktioniert jetzt habe ich aber weh auch da ich würde sagen so darüber springen geht schon mal nicht hallo versuche es noch mal da an der wand entlang vielleicht klappt das ja ich würde gerne mal da hingegen gucken was da so schönes gibt oder ob man da überhaupt hinkommt ich glaube es eigentlich nicht ich meine hier war ende im gelände und ich habe recht komme ich darüber springen ich bin so lebensmüde aber ich habe ja gespeichert ja 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 schade und ich war da drauf ja 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 oder auch nicht mehr jetzt nicht mehr voll erschrocken ey sind das die Hände na gut dann äh war es das wohl das war es dann auch für heute für die Aufnahme ich bedanke mich bei euch wünsche euch noch einen schönen Tag wir sehen uns bis zum nächsten mal bye bye